Ja, und willkommen zu meinem allerersten Let's Play Video. Wir werden jetzt erstmal... Mh-Mh. 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 Laster des Grauens. Nein, dann machen wir erstmal ganz neu. Hardcore. Die Welt nehmen wir mal. Die Welt nehmen wir mal. Die Welt nehmen wir mal. Neue Welt erstellen. Ja. Sollte ich sterben, gleich am Anfang, tja, dann wird diese Aufnahme gestoppt. Also, mein Ziel ist es erstmal, ein paar Tage lang zu überleben. Wenn ich sterbe, dann war's das. Jetzt müssen wir mal ein bisschen warten. Jupp, 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 jupp. Mh-Mh, mh-Mh, mh-Mh. Welt wird simuliert. Und schon sind wir drinnen. Oh, ja. Als erstes müssen wir erstmal eine Basis gründen. Wie ihr seht, haben wir schon Klasse-Ort gefunden. Ich glaube, der Ort hier eignet sich gut als Basis. Mal sehen, mh-Mh. Mal sehen. Vielleicht da oben? Ne, noch nicht. Wir graben uns erstmal ein, ey. Oh, na, da sind wir schon auf was gesto-Hindernis gestochen. Da auch. Genauso wie hier. Aber das macht nichts. Kraften wir uns erstmal in die Werkbank. Oh, erstmal brauchen wir Bretter. So. Eins, zwei, drei, vier. So. Die Werkbank, die stellen wir erstmal zur Sicherheit erstmal hier hin. Jetzt müssen wir uns erstmal eine Spitzhacke kraften. Am Anfang wird es erstmal das Holz sein, damit wir ein bisschen Platz haben. Und so. 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 Natürlich wird das nur von kurzer Dauer sein, hier verhauen wir erstmal ein bisschen Stein, damit wir hier ordentliche Basis haben gleich. So, sieht doch schon mal schick aus, aber nicht schick genug. So, jetzt haben wir schon mal 23 Steinchen hier. Hier gehen wir noch ein Stückchen nach oben. Und hier gehen wir nochmal zwei Felder nach hinten. Was ist mal? Hier gehen wir noch ein Stückchen. Hier werden wir noch reinholen. Hier werden wir den normalen Stein einsetzen. Und wie machen wir das? Wir kraften uns erstmal einen Bofen. So. So. Dann wollen wir mal sehen. 1, 2, 3, den Rest stücken wir mal da rein. So. 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 Und da wir ja nicht wollen, dass hier ungeziefer reinkommt. kraften uns gleich noch eine Tür. Genau. Schon gut macht den. So, jetzt kann kein Ungeziefer hier erstmal von der Seite rein. So, das reicht jetzt mal. Jetzt craften wir uns eine Tür. Dann... Zwei Stück. Die setzen wir genau hier hin. So, dann sind wir schon mal... Da haben wir schon mal eine... Öh. Okay. Das sollte aber nicht passieren. So. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen sicherer hier drinnen. Natürlich haben wir noch ein Steinchen. Den setzen wir... Wo hat das sein? Wo setzen wir ihn ein? Erstmal hier. Schon sind wir gesichert. Haha. Wir craften uns jetzt schon mal eine Steinspitzhacke zur Sicherheit. So. Ja. Wie es dann weitergeht... Ich glaube, dann machen wir nach dem... Decke noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Ich glaube, dann machen wir noch ein bisschen höher. Hier machen wir noch einen kleinen Thuen. Wir sehen uns ab, auf die Milchweig aus dem hier. Wir sehen uns immer nachholen. Die Platsche für einen Hier im Hintergrund. Sie locken die Diplomaten, aber nicht weiß. Ja, mal sehen, aus wieviel Teilen dann dieser Part wird. Ich nenne den hier schon mal Part 1, weil ich ja selbst nicht weiß, wie... Ja, so lassen wir es erst mal und fangen erst mal in den Gang, bis hier weg geht. Dann nehmen wir das hier. Spannende Musik Da setzen wir mal das da rein. So, da hacken wir mal wieder weg. So. Gucken wir mal Nacht. Wir sind jetzt noch kein Zombie zu sehen. Hä? Ein bisschen Heuzacken noch schnell. So, da sind wir mal wieder weg. 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 So, machen wir das mal. Wir haben ein bisschen... Was? Wupp. Machen wir nochmal zwei Türchen. Machen wir mal eine Türchen. Wir wollen ja keine bösen Geister hier reinholen. So. So. Und jetzt beende ich erstmal die Aufnahme. Bis zum nächsten Part. So.